hier ist das TTF für den Fall wie gesagt ist jetzt zu letzten Mal die Verpflichtung Arena und so besonders auf zeigen sie haben auch dass ich nicht du tippest mich dann wir hatten nicht ja immer du du bist ja ohne hallo ich muss das so machen Das ist meine Pflicht als Kackwurst. Kackwurst? Hm, lecker. Und ich wollte gerade ein Ei aufnehmen, das fand ich nicht okay. Also hier ist zum Beispiel so... Kann da leider nicht reingucken. So, komm, ja, hier kommen wir. Hier so Infos und so weiter. Jetzt geht man hier so rum. Ja, egal, das können die sich selber durchlesen. Also, ihr werdet dann in Gruppen aufgeteilt, dann könnt ihr... Oh, Entschuldigung. Einmal links und rechts. Team 1 und 2 und nicht 3 und 4. Ja, äh... Ja, das Video wird wahrscheinlich ziemlich... Äh, wieso? Vor allem, nee. Nur weil ich kein Game-Mod habe. Diskriminierung oder was? Ja. Äh... Hier ist diese Arena. Ja, da habe ich gestern gebettelt, oder war das vorgestern? Und da habe ich irgendwann eine... eine komische... ähm... bescheidene... bescheidene... Person mich die ganze Zeit... Also hier wurde ganz schön gegrieft. Ganz tolle schön. Ja. Ähm... Das finde ich interessant. Ja, das finde ich interessant. So, und am besten gehen wir jetzt mal zur, ja, zum Special von Bob 3D und mir das Haus. Jetzt mal so. Äh... Hä? Egal. Ja, äh, tippe dich einfach zu mir, hier sieht man schon mal mein Haus. Ich... Ja, so. Oh, äh, scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ab jetzt bist du dran, ich kenne mich. Ja, es ist noch nicht viel gemacht und wieso machst du das? Das finde ich nicht okay. Ja, ich finde es aber auch... Alter. Äh? Ja, ist doch. Ist eigentlich schon removed, das kann jeder benutzen. Dann noch mal hoch, noch mal hoch. Jetzt muss es mir in den Kopf. Au. Ja, ganz toll. Au. Also hier ist zum Beispiel unser Eingang, kannst du mir mal Game Mode geben? Dann kann ich das so spezieller zeigen. Ja, ich weiß. Äh? So, also hier ist unser Eingang, da gehe ich jetzt noch nicht rein. Hier ist mal mein Dach, da wo ich mehrere Stunden dran gesessen hab. Null. Das könnte man besser mit Wohl, Edi. Ja, aber leider war, ähm, ja, der Typ da, der da grad rumschwebt, ja, Colin, ähm, mir, also zu unfähig, ja, was sag ich, zu unfähig, hatte einfach keinen Bock, mir die Rechte zu geben. Und, ja, weil ein bisschen, ja, jetzt, zum Beispiel hier, meine, ja, meine, meine schöne Küche. Äh, äh, habt ihr euch überlegt, wie man hier oben hinein kommt? Eigentlich mit Lift Up und Lift Down. Ach so. Ja, okay. Äh, ja, nix drinne. Leider. Ich, ich leg da mal Cobblestone rein. Ja, mach das. Hörst du andere? Und hier oben ist dann mein, ach, was wir noch zeigen sollten, äh, kennst du dieses, äh, riesen Ding da von Norbert? Norbert, Fragezeichen. Warte. Okay, da oben war jetzt mein, äh, mein, nein, noch nicht, Tepin. Hier ist dann, da ist mein, 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 mein Areal, mein Turm, hier ist dann das schöne Dach mit den Kronleuchtern. Hier ist das dann von Bob 3D, die, der hat dann noch nicht viel mitgemacht, eigentlich wären das zwei Etagen, aber hat er jetzt nicht. So, kann ich dich jetzt befehlen oder? Ja, könntest du jetzt, ja. Okay. Okay, äh, hier, sag dir. So, leider hab ich jetzt wieder kein Game Mode. Ach, die Kathedrale. Da könntest du hier mit Tauno heiraten oder so. Mit Tauno oder mit Yumitia. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Mit, äh, nee. Ich glaube auch, das heißt, yo, mit, ja. Keinem Plan, also hier, ich weiß nicht, was hier ist, ist es irgendwie so, gebeten, er ist tot, er ist tot, er ist tot, ja, er ist tot. Also, was, ohne Scheiß, was ist hier drin? Ist das gebeten, äh, beten oder so ein, ja. Ich glaube, äh, hier kann man, äh, gerügt, wie in der Red Bull-Währung, ne? Und, was los? Und, was los? Ja, drei neue wieder dabei. Und ich weiß nicht, was das hier ist, aber... Das könnte der United mir mal zeigen. Was soll das sein? So, äh, ich schätze mal ein Plümsklo oder so. So, äh, roter Kopf. So, also hier ist... Okay, da sieht man, das wurde mit Volt, äh, gemacht, ne? Nein, 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 hatte ich nicht, aber ich meine, es ist closed down. Oder, ja. Los, dann wird, äh, den jetzt ist...